Zwengau Gute Stimmung wird vom 12. bis 14. August in der Stadt garantiert sein, wenn mit vielen Attraktionen das Laurentiusfest bereits zum 25. Mal gefeiert wird. Das Zwengauer Stadt- und Vereinsfest im Waldbad wird attraktive Veranstaltungen von früh bis spät, jede Menge Musik, Familienunterhaltung, am und im Wasser und traditionelle Sportwettkampfe bieten.